Der Bela-Roberter ist schon da. Ich trinke noch einen Elektro-Tee. Wir sind alle nur Marionette. Schlecht programmierte Marionette. Special effects. So, das wird jetzt der absolute Höhepunkt. Wir waren in Las Vegas. Haben da ein bisschen Equipment mitgebracht. Genau. Von den Erlich-Brothers. Und Hubert K., der in Las Vegas seine zweite Karriere aufgebaut hat. Nimm mich als weißer Löwe. Ein Leben über euer Lieblings-Thema. Soll ich im digitalen Biergarten? Ich hab' mir einen nativen Rohratt da bestellt. Computer-Budde. Das ist ein Distort-Bohratt. Womit willst du ihn runter? Womit willst du ihn runter? Elektro-Bier. Mit dem Elektro-Bier. 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 Komm, Roboter! Packer! Womit willst du dir putern? Für deinen Widerstand. Widerstand. Gegen Computerpullen. Mit dem Elektro-Bier. 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 Ein Bier vor vier. Ein Bier vor vier. Danach aber vier. Elektro-Bier. Oder auch fünf. Elektro-Bier. Du blöder Pimp. Elektro-Bier. Trink endlich Bier, das rat ich dir, und jetzt ist auch Schluss.